Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute präsentieren wir den Speisewagen von LS Modells 47261. Den hatten wir vor zwei Monaten ungefähr gekauft und jetzt wird er präsentiert. Und zwar im Zugverband mit einem Städteschnellzug, einer grünen RE442 von Rocco. Die restlichen Waggons, das sind EW2-Wagen, der EW1-Wagen, die sind von Pico. Ja, viel Spaß mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Gleis 4, Niterregion nach Bützigen, Sohn, Gränchen, Süd, Wien, Auffahrt, 18 Uhr, 3, Die erste Städte, die sich zu holen, B und C. Zweite Städte, die sich zu holen, A, B und B. Drei Städte, die sich zu holen, A, B und C., Vielen Dank. 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 Vielen Dank.